Alle unsere Goldbarren werden ausschließlich aus Sekundärgold hergestellt. Sie sind Alpium Aid zertifiziert und können weltweit gehandelt werden. Die Herstellung der Goldbarren erfolgt vollautomatisiert. Dazu wird das Gold exakt abgewogen und in Kokillen gefüllt. Nach dem Durchlaufen einer Schmelzzunge erstarrt es anschließend in einer Kühlzunge zu Barrenrohlingen. Diese Rohlinge erhalten später durch Strahlen, Nadeln und Lasern ihr endgültiges Aussehen der unverkennbaren C-Hafner Goldbarren.